Du bist auch Türke? Ja. Wo? Du? Interessant, du bist ein sehr heller Türke. Nimmst die Integration ein bisschen zur Ernst, oder? Schön, dass du da bist. Sinan heißt du? Ja. Schön, schön. Wie bei der Bundeswehr, sag doch mal irgendwas. Er schaut mich so an. Warum redet er mit mir, ja? Warum nicht? Nein, schämst du dich? Ich hätte niemals gedacht, dass ich das zu einem anderen Türken mal sage. Antwort in ganzen Sätzen. Wie heißt du? Elif. Elif, wie meine Mama. Schön, Elif. Schön, dass du da bist. Meine Mama heißt auch Elif. Und das war's? Habt ihr noch andere? Und wer? Wer? Es ist kein Fernsehen, ich sehe euch auch. Redet mit mir. Redet mit mir. Wer ist der andere Türke? Mein Bruder. Habt ihr Gras dabei? Später zum Lehrer gehen, der hat wahrscheinlich was dabei. Ja?